Das Oldenburger Landesturnier 2017 und natürlich ist auch die Oldenburgische Landesbank langjähriger und noch wieder diesjähriger Partner beim Raststeller Landesturnier und Liga König ist bei uns und tja gleich mal vorne weg gefragt. Worauf freuen Sie sich ganz speziell in diesem Jahr, in diesem Wochenende? Auf den Samstag. Am Samstag sind die vier Spänner unterwegs und werden hier durch den Parcours donnern und das ist wunderschön zu sehen, wie nah das Publikum da dran ist und wie sehr sie Pferd und Fahrer und die gesamten Gespanne erleben dürfen. Und haben Sie ja selbst auch schon mal eine Fahrsporterfahrung gemacht, eine kleine Anekdote, die Sie vielleicht preisgeben mögen? Naja, es kam schon vor, dass der ein oder andere gesagt hat, da wollen wir mal gucken, wie es dem Banker hinten auf der Kutsche geht und ich habe auch erlebt, wie die Pferde durchaus schon sensibel reagiert haben bei schwülem Wetter. Und das war dann ein besonderes Erlebnis, einmal auf dem großen Platz die Ehrenrunde zu fahren, aber das haben die Fahrer ganz hervorragend gemacht. Hat Spaß gemacht. Es wird sicherlich auch dieses Jahr wieder Spaß machen, gerade wenn die OLB als Partner des Pferdesports hier in Raststeller aktiv ist. Es ist ja nicht nur dieses Jahr, wir haben es angesprochen, schon viele, viele Jahre, dass nicht nur bei den großen Reitern, bei den großen Fahrern, sondern eben auch in der Jugendförderung. Das ist richtig. Seit einigen Jahren sind wir mit einem OLB-Jugendreitturnier unterwegs, nicht nur hier in Raststeller, sondern insbesondere im ganzen Wieser-Ems-Raum und da sind mehrere hundert Jugendnachwuchsreiter unterwegs. Das ist vielleicht nicht so spektakulär wie hier, aber in meinen Augen sehr, sehr wichtig, damit wir das hier erleben können später. Tja, und das Engagement, ich denke, zielt ja nicht nur eben darauf ab, dass Sie hier präsent sind, sondern es ist eben die ganz besondere Verbindung auch zur Region, oder? Absolut. Wir sind hier zu Hause und das ist im Grunde der Inbegriff hier. Es ist so eine schöne Mischung zwischen Professionalität, zwischen ganz nah dran sein, selber miterleben zu dürfen, aber auch nicht abgehoben zu sein. Ich glaube, das Bodenständige, man sieht es jetzt hier nach dem Regenguss gestern schon besonders, das ist wortwörtlich zu sehen und das passt sehr schön zu einer OLB und eben auch, ich erlebe das hier in Raststeller, im Park auch ganz, ganz hervorragend.